174. Eier! Zum Abschluss des ersten Wertungsgeschanges heute bei den Praxis und Speedparts kommen wir zur Klasse 4, zur Königsklasse der Metro-Sportklasse. Hier haben wir sieben Starter und wir sind in zwei Gruppen gefahren. Im fünften Punktlauf startet die Nummer 1, Stefan Rischof. Er hat bisher zwölf Punkte. Dann muss ich mal gucken. Ab dem Römer ist nicht dabei. Er hatte Motorschaden gestern. Dann die 29, Travis Hintz, bisher vier Punkte. Und die 71, Reiko Menning, bisher zehn Punkte. Dann wurde er in den Halt, um das zu spüren. Dann wurde er in den Halt. Dann wurde er mitgekommen. Dann wurde er in den Halt. Dann wurde er in den Halt. Dann wurde er in den Halt. Dann muss ich mal ein bisschen wegfahren. Untertitelung des ZDF, 2020 Neigen, was für den Götzlöscher ist. Träger aus dem Götzlöscher. Das ist für den Einglöscher, der Mann ist. Das ist für den Einglöscher. Jetzt kann ich auch noch ein paar Lagen. Ich bin auch noch ein paar Lagen. Fehler sucht nicht, guck ich. Was ist sonst? 6 von 4.